Angst hat man da schon, dass irgendwie bei uns auch sowas passieren könnte, also in den großen Städten, Berlin und so. Also es ist wirklich traurig, dass irgendwas überhaupt passiert. Das ist unbegreiflich, also die Menschen, die müssen ja dort gar nicht mehr wissen, was sie denken und machen sollen. Also das ist ein schwerer Schlag gewesen für das Land dort. Das ist eine Sauerei, finde ich, sowas. Vor allem, dass es Ena Lene gemacht hat, ohne Auftrag angeblich, ist ja kaum zu glauben. Naja, wenn ich mir vorstelle, dass sowas in Deutschland mal passiert und man hat die Enkel und die Kinder überall verstreut in Deutschland, also da kriegt man schon Angst. Das ist ganz furchtbar. Also ich finde, der Mann müsste zu Tode verurteilt werden. So viel Leid, wie der angefügt hat, stellen Sie sich mal vor, über 90 Personen. Das ist doch ganz furchtbar. Grauenvoll ist das. Und es ist schrecklich, wenn man sowas sieht, warum man jetzt halb erst gemacht hat, das kann man ja auch nicht sagen. Ja, normal ist es eigentlich nie, auf Deutsch gesagt. Ja, was geht mir durch den Kopf? Eigentlich ist man ja sprachlos, weil ich denke, sowas muss einfach nicht sein. Sowas kann man, wenn irgendjemand Unstimmigkeiten hat oder mit irgendwas nicht zufrieden ist, man kann, glaube ich, andere Möglichkeiten nutzen, um so eine schreckliche Tat zu... Man darf nicht vergessen, es sind alles unschuldige Menschen, junge Menschen. Ich glaube, das hat sich keiner verdient und den Tod am allerwenigsten. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Ja, schrecklich, ne? Kann man nichts zu sagen, weil der Mann, der das getan hat, ist einfach nur krank im Kopf. Ich bin froh, nicht in Berlin zu wohnen oder in irgendeiner Hauptstadt, muss ich sagen. Und natürlich ist das ganz schön tragisch, ja. Man glaubt nicht, zu was die Leute heutzutage fähig sind. Und meiner Ansicht nach ist da nicht kein Saubern darüber. Ich muss sagen, der muss nicht ganz klar im Kopf sein, dieser Mensch. Also nicht nachvollziehbar, würde ich sagen. Welches Motiv er immer gehabt haben mag, ist rechtfertigt nicht einen einzigen Mord und auch keine Verletzung eines Menschen. Es ist eigentlich ganz furchtbar. Klar muss man sich Gedanken machen, Sicherheitsmaßnahmen. Das könnte ja Deutschland auch betreffen. Und ich habe mir so meine ersten Gedanken ausgerechnet, Norwegen. Wieso Norwegen? Hätte man ja nie daran gedacht. Und dass es dann auch ein Mensch aus dem eigenen Land ist, das ist ja auch das Furchtbare. Und die wenigen Menschen, die in Norwegen wohnen, ich habe gelesen, das sind ungefähr mit Berlin zu vergleichen. Da ist ja fast jeder betroffen. Das ist einfach nur furchtbar. Ich hoffe, dass mir das nicht passiert und irgendwelchen Leuten, die ich kenne und sonst wiegt niemand auf der Welt, wenn ich sowas. Und ich kann das nie verstehen, warum das jemand macht. Also das geht mir durch den Kopf.